Wir sind so weit unten gerade. Oh oh. Oh oh. Springtrap! Oh, right, 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 Leute. Willkommen zurück zu... Schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv und meine FNAF-Fans. Ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, ihr bleibt wach, haut ein Like rein, wenn ihr wach bleibt und euch jetzt das geheime Ende von FNAF Security Breach reinschaut. Wir haben jetzt schon das schlechte Ende, wir haben das traurige Ende und, und, und. Und nachdem man das Spiel durchgespielt hat, kann man jetzt auch das geheime Ende holen und das ist für alle FNAF-Fans mega, mega interessant. Da kommen so ein paar richtig nice Charaktere heraus und dafür müssen wir erstmal ein bisschen was erledigen. Natürlich gerne an dieser Stelle direkt den... Egal, Abo-Button, Leute. Direkt den Abo-Button reinhauen und dann schaut euch jetzt hier diese Highlights an, die wir im Livestream vollzogen haben und wie man dieses Ende bekommt. Hierbleiben. Danke für den Pizza Pass. Party Pass. Let's go, Boy. Okay. Das ist ja jetzt der After-Story-Mode sozusagen. Und bei diesem Story-Mode gibt es noch eine Menge, Menge, Menge Secrets zu lösen. Das Problem ist halt, man kann nicht speichern. Aus welchen Gründen auch immer, dachten die, es wäre eine geile Idee, dass man nicht speichern kann. Und das ist absolut kacke. Und da ist tatsächlich ein Geschenk, das wir nicht geöffnet haben, Leute. So. Versuchen wir erstmal die Monty-Gegend, Leute. Sollen wir die Kamera holen? Die Mucke immer zu geil. Oh ja. Fliegi, danke schön für den... für die 5-Bits. So, eine Retro-CD können wir ja hier unten holen. Ich hab gehört, dass man kann im Vani-Ende Prinzess-Quest spielen. Das Ding ist, fürs Vani-Ende musst du Prinzess-Quest spielen. Das kannst du aber auf Konsole nicht, weil die Steuerung nicht angepasst wurde. Aber Freddy hat kein Strom mehr. Die Speicherfunktion raus, wenn die Leute sterben. Tja, müsst ihr doch mal von vorne alle sammeln. Pech. Prost, Digi. Monty kaputt machen und die Kamera holen. Komm zurück. Fast-Cams are often confiscated here. Mainly because they are only sold in Monty-Golf. It is a very clever marketing plan. Das stimmt. So. Ist das FNAF? Ja. Steht doch im Titel. Oder im Titel sogar. Tja, ich hab jeden FNAF-Teil durch. Ui, Slash auch noch. Der soll auch da drin sein. Nee, keine Sorge. Den siehst du nur in der Cutscene tatsächlich. Soweit ich jetzt erfahren habe. Hab mich ein bisschen über... Hier. Hab mich ein bisschen informiert. Asuma kennt nur den Aura und Latex. Ja, vor allen Dingen bei FNAF gibt's nicht mal Waffen. Überrascht mich total, dass Asuma FNAF kennt. Obwohl es keine Waffen gibt. Anstatt selber zu spielen, will er Lini dazu bringen, einen FNAF zu steil. Und ich höre jetzt schon das Geschrei. Ey, wenn Lini FNAF spielt, das will ich aber im Livestream sehen. Der Ophi ist nahe. Du möchtest schauen, um das Ophi zu sehen, ob es eine Art Weg gibt, um Monty zu verhauen. Bitte nicht hierhin kommen. Bitte nicht hierhin kommen. Bitte nicht hierhin kommen. Bitte nicht hierhin kommen. Ich hab keine Möglichkeit zu speichern, Kollege. Ich kann nicht speichern, Kollege, ne? Okay. Oh-oh. Da ist das Ticket. Anweisungskarte schließen. Ja. Hab ich jetzt... Hab ich jetzt Stufe... Ich hab Stufe sieben. Stufe sieben ist gut. Okay. Ist er irgendwo hier? Oh, wie süß. Wie süß. Asuma ist ein kleiner Schisser. Okay, Monty scheint nicht hier zu sein, ne? Das. Ah, da ist sie doch. Sieht wie eine alte Kamera. Wir haben endlich die Kamera, Leute. Gegenstände wechseln. Jep, 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 jep. Ah, ja. Äh. Äh. Ah, da. Nach links muss man drücken, ne? I cannot see. Oh. Wir tun mit vier Boots. What the fuck? Wie viele Boots habe ich gerade betäubt mit dem Ding? Okay. Aber. Kamera haben wir. Die brauchten wir auch. Ich hoffe, die bauen das nach, dass man speichern kann. In meinen Augen ist das halt einfach nur... Äh. Das Spiel ist zu leicht. Die sollen schwitzen oder so. Keine Ahnung. Deswegen bauen wir jetzt keine Speicherfunktion für den Free Roam ein. Echt jetzt? Ja. Danke. Bring mich rein. Danke. Levy Training. Okay. Das ist der Sportkurs neben der Pizza. Ui. Maxi hat sich einfach ein Döner gegönnt, ey. Aber ich mag das Spiel trotzdem, Leute. Bugs hin oder her. Aber das Spiel hat jetzt trotzdem sehr nice Secrets. Sehr cooles Ambiente. Man will wissen, was es hier noch zu entdecken gibt. Macht auf jeden Fall irgendwie auf seine eigene Art und Weise Laune. Ey, wieso sieht Freddy das nicht durch die Tür? Echt jetzt? Oh, die Taschen sieht Freddy gar nicht mit seinen Augen, ne? Oh, nee. Das heißt, die Taschen können wir jetzt überspringen bzw. verpassen. Äh. Wo muss ich überhaupt lang? Ich muss hier lang. Ich muss hier rein. Das heißt, wenn dieser Lüftungsschacht, da wo das Orangene jetzt ist, aufgeht. beziehungsweise wir durch können, dann sieht das doch schon mal gut aus, oder? Okay. Leuchten. Drücken Sie dann dreimal den oberen Knopf. Dreimal den oberen Knopf unter drei. Das ist der hier, ne? Nicht den vierten, der dritten hier. Eins. Zwei. Drei. Drücken Sie den roten Schalter. Haben wir. Sobald der linke und der rechte Pfeil jetzt leuchten. Also drücken Sie als nächstes einmal die obere Schaltfläche in einer Linie mit dem linken Pfeil um die Dinge. Oh, 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 oh. Der Durchgang. Könnte offen sein. Könnte offen sein. Hey Mo. Hey Freddy. Hey. War da nicht ein Sicherheitsbot? Ah, die Lichteffekte sind schon cool hier teilweise. Da ist er durchgerollt. So. So. Und. Ja. Let's go. Let's go. Okay. Gott, ist das eine eklige Scheiße, ey. Wahrscheinlich kommt jetzt Spider-Man, oder? Wahrscheinlich kommt Spider-Man. Ah. Spritzeimer füllen. Was für ein Spritzeimer? Okay. Das Ding läuft. Ah, das Ding da wahrscheinlich, ne? Für den Spritzeimer. So nimmt man mich auch manchmal. Okay. Passiert aber nichts. Äh. Ah, da kann ich durchspringen, okay. Oh oh. Oh oh. Boss Fight. Jetzt sterben wir alles nochmal. Ne, man kann ja Gott sei Dank speichern. Aha. Toll. Okay, das Ding müssen wir füllen, da. Das Ding da müssen wir füllen. Da wurde gerade beim Einfachstand, das war so ein grünleuchtendes Ding. Meinst du, da war ein Knopf? Sack, das... Sack, das... Wow. Ey, manche Sachen hier im Spiel, ne? Monty. Badge. Rücken gebrochen, Leute. Kiefer geknackt und Rücken gebrochen. Aber ich hab das Gefühl, Monty mochte eh keiner. Spritz. Ja, das war einfach ein scheiß Spritz einmal, ey. Oh yeah. Gregory. Mac fucking Gregory. Ist da, Boyer. Und der rupft dich auseinander. Oh, der ist ja richtig broken. Im Vergleich zu einer anderen ist er richtig broken, ne? Monty klauen. Nichts böses krallen. Haha. Lustig. So, jetzt können wir Freddy upgraden. Dann ist er voll, der Maximum Freddy. So. Okay, jetzt mit Konzentration, Leute. Mit Konzentration. Und jetzt. Great. Jetzt place the new armature into the forearm casing. Katschenk, katschenk. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Great job. Now close the casing. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Blau. Blau. Rude. Lau. Rude. Blau, rot, rot. Zweimal rot. Blau, rot, rot, gelb. Blau, rot, rot, gelb. Blau, rot, rot, gelb, grün. Blau, rot, rot, gelb, grün. Und fertig. Seht ihr? Was habt ihr, Leute? Ich muss euch nur ein paar Mal die Jumpscares zeigen. Springtrap kommt da auch noch raus. Oh ja, ich habe gehört, hier ist die Stelle, wo Springtrap rauskommt. Bei der Küche ist ein Level 7 Raum. Und bei Roxys Raceway ist auch nochmal ein Tor mit Monty gewesen. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das ist auch eine Level 0 Tür. Aber ich erinnere mich, da unten gab es ein Monty Tor. Und ich glaube, das gehört auch zu der Kategorie, dass man tatsächlich beide Upgrades braucht. Chill! Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. So. Wir sind drinne. Und auch dieses Tor, genauso wie bei dem Secret Raum, können wir nur öffnen, wenn wir beide Upgrades haben. Und... Brez! Kaputt! Okay. Okay, was haben wir hier? Jason, Tim, siehst du gleich. Ah ja, und da ist wieder eine Sprachbox. Da ist schon wieder eine Sprachbox-Tür, ne? Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ja, ja. Sprachbox hier? Also mal, keine Sorge, das ist halb so wild. Okay, und der Secret Fahrstuhl. Was macht der Knopf? Ich möchte Knopf drücken. Oh oh. Ihr erinnert euch noch eine Nachricht, die wir eingesammelt haben durch die Taschen. Da stand, dass irgendwas im Untergrund, beziehungsweise Stromkabel in den Untergrund führen. Und ganz schön viel Energie beansprucht, ne? Und dass es ja anscheinend bekannt wäre und so weiter, ne? Frage? Nee. Nee, es passiert schon wieder Leistungsverlust, da. Spannungsfelder, so habe ich mich ein wenig... Offenbar zafft jemand eine enorme Menge Strom von unserer Baustelle ab. Ne, nachgegangen und das verschwindet direkt ins Fundament unter der Erde. Und genau diese Stelle ist das hier. Genau das. Okay, also ein Einwegstrip, Leute, nach unten. Oh, wir kriegen sogar ein Achievement dafür. Ich finde den Ursprung von Roxys Rox... Oh ja. Let's go, Secret Ending, Leute. Updates. El Cato. Schlimmer Freddy. Cool, dass du auch da bist. Okay. 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 Das sieht creepy aus. Und jetzt sind wir sehr tief unter dem Restaurant, Leute. Oder beziehungsweise im gesamten Partykomplex. Das ist doch ein riesen Animatronic, oder? Ja, klar, da ist auch ein Auge. Ist das der alte Kopf von Freddy in XXL? Ja, das ist Freddy's alter Kopf in XXL. Das ist der alte Kopf aus FNAF 1 oder so, ne? Okay. Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Oh, ne. Oh, ne. Wobei, die hängen am Haken, aber das muss nix heißen. Seid ihr... Werdet ihr aktiviert? Oh, ja. Und ein Sicherheitsbot ist hier unterwegs. Freddy's Fast Beer. Pizza Place. FNAF 6, oder? Das ist aus FNAF 6. Kann ich das ja in einem Chat bestätigen. Das heißt, der gesamte Pizzaplex, der ganze Freizeitpark oben, wurde auf Teil 6 aufgebaut. Und das alte... Was macht denn da überhaupt eine Pizzerie unter der Erde? Welches FNAF ist das denn? Offiziell ist das Teil 7. So, der Bot nervt mich aber. Habe ich alle aktiviert? Habe ich alle Generatoren aktiviert? Okay. Ah, Tür geht auf. Okay. Wir sind in der alten FNAF 6 Pizzeria, Leute. Das ist creepy. Das ist mega creepy gerade, muss ich sagen. Freddy, komm mal her. Die Performance hier unten ist noch schlechter als oben, tatsächlich. Oh, die alte Bühne, Leute. Das gibt voll FNAF 1 Vibes, ne? Das gibt Menge von FNAF 1 Vibes. Haben wir überhaupt eine Karte hierfür? Wäre lustig. Ne, haben wir nicht. Aber es gibt Kameras. Aber es gibt Kameras. Wohl. Hey, erinnert mich an die Springtrap-Kameras aus FNAF 3. Sorry, Asuma. Da geht's weiter runter. Wir gucken erst mal, ob wir durch die Türen können. Nee. Nee. Ich hab ein bisschen Angst. Keine Angst, Kommi. Ich bin bei euch. Okay, alles zu Alles zu, bleibt nur der Gang nach unten Wir laden nochmal auf, volle Ladung Jetzt Freddy schuldig recht stehen lassen Ne, 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 ne Da ist nicht umsonst ne Chargebox Ich weiß, was das ist All right Ich habe hier vorhin 15 Monate schon lange frohes Weihnachtsfest, Fest dir und CC Heißt Tani Du hast grad so reingekackt Alter, mitten im geilsten Moment taust du hier ne scheiß Siri-Message rein Hat mich selbst im ersten Ich wollte es nicht, aber ich hatte keine Wahl Jetzt habe ich eine Wahl Ich habe mich geändert Aber ich hatte keine Wahl Jetzt habe ich eine Wahl Ich habe verändert Meine Freunde sind hier Sie sind so wach Verlust Aber ich kann dich schützen Ich bin nicht Das macht die Sache nicht besser Wenn du das in der Stimme sagst, Alter Ich bin nicht ich Pony, dankeschön für den Zap Äh Ach da Ist das Mängel? Da atmet doch was Da atmet doch was Und es ist riesig Und ist das Mängel? Oder ist das Ennard? Es ist Funtime Freddy Aber wieso atmet dieses Scheißding? Da ist der alte Körper von Freddy Und es ist der Kopf von Funtime Freddy, ne? Mein Gott, das Ding sieht so scheiße aus Das sieht so low quality aus, ne? Okay Okay Und Nochmal weiter unten Wir sind so weit unten gerade Oh oh Springtrap Da ist Springtrap, Leute Aus FNAF 3 Sind wir das? Oh oh Wir spielen verrückt Wegen dem Virus, ne? Wegen dem Blitzstrap Okay, wir müssen dann aussteigen Freddy ist broken Hier ist Balloon Boy Boah, soll ich das wissen? Wir müssen FNAF 3 spielen hier Burn, Baby Burn Er kann nicht mehr brennen What the fuck? Wieso ist er heiler erstens? Warum ist das hier unten? Was ist Chica? Wo? Die alte Chica oder was? Nein, es ist hier Wie kommst du hier runter? Da ist er Burn Okay Okay Wir müssen nicht hier richtig FNAF 3 Style Jetzt irgendwie abwärmen, ne? Brenn Wir machen erstmal die Türen auf Okay So weit, so gut Okay Wo weit? Bei dir Bewegt sich, ja Okay Okay, okay, okay Springtrap bewegt sich, aber Nein 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 Was habe ich falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Muss man alle Generatoren anmachen? War die verbuggt? Ich glaube, die war verbuggt, oder? Was war das? Kommt Molten Freddy? What the fuck? What the fuck? Was ist das? Molten Freddy? Chill mal dann. Oh oh. Wo ist er? Da. Ja! Nein! Nein! Nicht dein Ernst. Der Tantakel hat mich noch gejumpscared, während ich die Cutscene gesehen habe. Aber seht ihr das Problem? Ghouli-Deckel, Knopf. Und genau diesen Knopf musste ich drücken und dann kam die End-Cutscene. Und dann hat mich der Ghouli-Deckel ge-eatet. Perfekt. Perfektes Timing. Und Springtrip. Er ist wieder da. Chill kurz, chill kurz, chill kurz, chill kurz. Jetzt. Okay, jetzt Monty abwehren. Monty abwehren. Und dann kommen die Tantakel. Wieso helfen Türen nicht gegen Roxy? Weil die wahrscheinlich durchbrechen kann. Die ist zu stark. So, Monty abgewehrt. Jetzt noch einmal Springtrip brennen lassen. Dann kommen die Tantakel. Ist das ein DLC? Nein, das ist das geheime Ende. Das geheime, verpackte Ende. Okay, der geht wieder nach oben. Lass mal Freddy in Ruhe. So. Das ist kein Bug, das ist die Feature. Das ganze Game ist ein Bug. Geh weg. Und Freddy ist leer. Ich meine, sind die Tantakel weg? Freddy, geh dich aufladen. Das wird doch bestimmt eh buggen oder so. Wenn jetzt Roxy ankommt, sind wir im Arsch. Weil Roxy können wir nicht abwehren. Da kommt Chica. Chica abgewehrt. Freddy lebt wieder. Das ist das erste Mal, dass Freddy aus der Ladestation rausgekommen ist, ohne zu buggen. Jetzt stirbt doch endlich mal. Monty? Oh oh. Ich hoffe, wir haben genug Strom in den Wänden. Ich habe ganz schön viel Strom verbraucht. Jetzt läuft es richtig. Jetzt läuft es richtig ab, Leute. Okay. Jetzt läuft es endlich mal richtig ab. Jetzt können wir alles abwehren. Springtrap können wir abwehren. Und die Tantakel. Und Freddy? Freddy kann sich auch noch aufladen. Brenn! Jetzt kommt Roxy. Ich glaube, die Tantakel mussten da sein. Ich glaube, wir müssten die wirklich mal abwehren. Und weg mit dir. So. Jetzt noch einmal Springtrap brennen lassen. Dann haben wir es, oder? Solange Monty nicht kommt. Springtrap brennt einfach. Oder es ist nach Zeit. Ich glaube, das ist Zeit. Es muss zeitabhängig sein, Leute. Es muss zeitabhängig sein. Das kann nicht sein, dass wir es nach Trigger. Okay. Okay, der ist nach unten gegangen. Das heißt, der kommt jetzt hier raus. Ey, Monty darf nur nicht kommen. Monty ist leer. Let's gooo! Secret Ending! Und da ist Molten Freddy. Und jeetet Springtrap. Das ist das wahre Ende, Leute. Das war's. Zwei Sterne nur? Das ist nur ein Zwei-Sterne-Ending? Wow. Das ist das wahre Ende. Die Flüchten aus der Basis. Springtrap wurde gefressen. Drei Sterne gibt's für Princess Quest. Ah, okay. Princess Ending können wir nicht machen. Oder das Vanny Ending, besser gesagt. Aber es ist das einzige Ende, was eine animierte Endszene hat. Und einen richtigen Boss fight in dem Sinne, ne? Die Idee war cool. Aber ich hab gefühlt, zehn Bugs nur in diesem Raum entdeckt, ne? Jetzt am Ende lief alles perfekt. Freddy Hot konnte sich auftanken. Die Tentakeln sind verschwunden. Roxy konnten wir abwehren. Und, und, und. Ist der jetzt mal tot, bestimmt. So. Und wir kriegen jetzt... Oh. So. Wir sehen Freddy und Gregory. Auf einem Berg sitzen. Und wie Freddy Strom bekommt, ist auch nicht so wichtig, ne? Oh. Gregory hat seinen Daddy gefunden, Leute. Er ist zwar vielleicht nicht der Papa, aber er ist sein Daddy. Aber ich bin so wichtig, nicht der Papa. Aber ich bin so wichtig, nicht der Papa.